Ein Vorhalt ist ein harmoniefremder Nebenton, der durch einen Sekundschritt in den eigentlich erwarteten Melodie- oder Akkordton aufgelöst wird. Es gibt Vorhalte von oben oder, seltener, von unten. Der Vorhaltston ist dissonant oder zumindest auffassungsdissonant und steht immer auf betonterem Taktteil als die Auflösung. In der Satzlehre unterscheidet man im Allgemeinen drei Arten der Vorhaltsbildung. Beim vorbereiteten oder gebundenen Vorhalt ist der vorgehaltene Ton im vorausgehenden Akkord in der gleichen Stimme enthalten und wird in der Regel übergebunden. Beim halbfreien Vorhalt ist der Vorhaltston im vorigen Akkord in einer anderen Stimme vorhanden. Beim freien Vorhalt kommt der Vorhaltston im vorausgegangenen Akkord nicht vor. Punkt. Der Vorhalt kann auch in mehreren Stimmen gleichzeitig auftreten. Ursprünglich entstammen Vorhalte der polyphon-kontrapunktischen Musik der Renaissance und des Barock. Finden sich jedoch auch in späteren Musikepochen und verschiedenen Stilrichtungen von Pop, Jazz oder Filmmusik bis hin zur Rockmusik. Einige Wendungen haben sich derart eingebürgert, dass sie auch in vorwiegend akkordisch-homophoner Musik Einzug gefunden haben. Näheres zum vorbereiteten Vorhalt Im folgenden wird der vorbereitete Vorhalt im Sinne der für ihn ortypischen Synkropationär erklärt. Ein solcher Vorhalt erzeugt eine harmonische Spannung im mehrstimmigen Satz. Bei der aus einem zunächst konsonanten Intervall durchliegen bleiben eines Tones bei gleichzeitiger Bewegung der anderen Stimmen ein dissonantes Intervall wird. Der liegende Ton wird anschließend schrittweise wiederum in ein konsonantes Intervall aufgelöst. Die im Folgenden dargestellten Regeln haben sich in der Renaissance-Musik herausgebildet. Ein vorbereiteter Vorhalt besteht aus folgenden drei Elementen. Konsonante Vorbereitung Auf schwacher Zählzeit muss zwischen den Stimmen eine Konsonanz vorliegen. Schwache Zählzeiten sind in geraden Taktarten der zweite und vierte Schlag, beim ungeraden Dreiertakt im Normalfall der zweite und dritte Schlag. Andere Taktarten sind in der Renaissance-Musik nicht üblich. Vorhalt Auf starker Zählzeit entsteht durch liegenlassen eines Tones eine Dissonanz. Hierfür kommen zumeist Quarten, Sechsten, Septimen und Sekunden bzw. Nonen zur Anwendung. Konsonante Auflösung Der dissonante Ton bewegt sich schrittweise nach unten, sodass eine Konsonanz entsteht. Punkt Anwendung und Handhabung in Jazz, Pop, Rock In Jazz, Pop und Rock werden Vorhalte häufig nicht zum vom Hörer eigentlich erwarteten Akkord aufgelöst. In der für diese Musikgattung typischen Akkordschrift wird hier häufig von einem SOS4 oder SOS2 gesprochen. Wobei sich das Syspindet jeweils auf die fehlende bzw. vorgehaltene Terz bezieht. Wenn ein solch dissonanter Ton nicht zur Terz aufgelöst wird, handelt es sich streng genommen nicht mehr um einen Vorhalt im klassischen Sinne, sondern vielmehr um einen Akkord mit einer charakteristischen, unaufgelösten harmonischen Spannung bzw. Punkt mit hinzugefügten Spannungstönen. Auch darf im Besonderen der SOS2-Akkord nicht mit dem augenscheinlich ähnlichen Mai, also einem Durklang mit hinzugefügter None, verwechselt werden. Im Unterschied zu letzterem ist ein SOS2 in der Regel immer ein komplett terzloser Akkord, was auf einen Mai nicht zutrifft. Beispiele Einfache Vorhalte Beispiel für einen Quad-Vorhalt in C-Dur Beispiel für einen Quad-Sext-Vorhalt in C-Dur Vorhalte werden in der klassischen Kadenz häufig verwendet, um eine Schlusswirkung zu erzeugen. In diesen beiden Beispielen ist die Tonart F-Dur, der Dominante folgt im Normalfall die Auflösung zur Tonika. In der Zeit des Barock und der Renaissance umspielte man gerne solche Vorhalte, zum Beispiel Vorhaltskette. Darüber hinaus war es auch im Barock schon üblich, Vorhaltsketten zu bilden. Die Ton